In diesem ganzen Gewusel da draußen wollen wir ja gucken, dass es uns ein Stück weit besser geht. Und dann müssen wir doch auch trainieren, diese Gefühle zu erkennen. Das ist ja wie ein Muskel. Ja, genau. Und im Endeffekt wissen wir das natürlich alle. Jeder wird jetzt sagen, ja, ich weiß doch, wie Freude sich anfühlt. Ja, ich weiß doch, wie Dankbarkeit sich anfühlt. Ja, aber ich glaube, genau wie du sagst, boah, da ist ein Eichhörnchen, ich flippe aus. Ja, da ist eine ganz andere Dankbarkeitsschwelle als bei mir zum Beispiel. Und ich glaube, dass man da gucken kann, für was empfinde ich, wir drücken glaube ich viele kleine Dankbarkeitssachen, diese kleinen Momente, die wir dann auch immer beschreiben, weg im Alltag. Weil wir einfach darüber hinwegfahren, in unserer Eile alles zu erledigen, alles zu schaffen, Menschen zu gefallen. Und Rituale können da eine schöne Auszeit für sich selbst sein und eine schöne Auszeit auch für andere. Wie gesagt, das muss ja gar nichts Egoistisches sein. Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartomee. Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartomee. Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartomee. Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartomee. Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartomee. Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer.